Albus Dumbledore und Gilderoy Lockhart. Das ist eine sehr interessante Kombi, wenn man mal drüber nachdenkt. Der eine war Schulleiter, und zwar ein sehr weiser Schulleiter von Hogwarts, und der andere war ein betrügerischer Lehrer, der auch nicht so die Bestleistung abliefern konnte. Warum hätte also Albus Dumbledore Gilderoy Lockhart in Hogwarts anstellen sollen? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Hogwarts die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste und niemand Geringeren als Gilderoy Lockhart sprechen. Verteidigung gegen die dunklen Künste war einer der wichtigsten Kurse im Lehrplan von Hogwarts, der den Schülern beibringen sollte, wie sie sich gegen die dunklen Künste und vor allem Lord Voldemort verteidigen können. Während der Zeit, als das Trio Hogwarts besuchte, war Voldemort mit seinen Anhängern auf dem Vormarsch. Einige zweifelten daran wie Fudge, aber andere, insbesondere Dumbledore, wussten, dass die Rückkehr von Voldemort und seinen Todessern unvermeidlich war. Und deswegen legten die Lehrer besondere Augenmerke auf den Unterricht für Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil sie wussten, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem Voldemort zurückkehren würde und die Schüler diese Fähigkeiten brauchen würden. Die Rückkehr von Lord Voldemort bedeutete natürlich auch ein Wiederaufleben der dunklen Magie, weshalb es entscheidend war, dass die Schüler lernten, sich gegen solche Mächte zu verteidigen. Avada Kedavra, Crucio, Imperio. Das Verständnis dieser Zaubersprüche war oft eine Frage von Leben oder Tod. Doch das wirft die dringende Frage auf. Warum zum Teufel wurde überhaupt Gilderoy Lockhart eingestellt? Lasst uns mal einen genauen Blick darauf werfen, was dieser Mann überhaupt in seinem Leben gemacht hat und woher er kam, der im Schuljahr 1992-93 Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde, also auch noch fürs wichtigste Fach in Hogwarts. Gilderoy Lockhart, ein britischer Halbblutzauberer, wurde 1964 als Sohn einer Hexenmutter und eines Muggelvaters geboren. Obwohl seine Eltern noch zwei weitere Töchter hatten, war Lockhart der einzige magische Begabte, was ihn, ob sie es zugeben oder nicht, zum Lieblingskind seiner Mutter machte. Lockhart war ein kluger und gutaussehender junger Mann, der früher kannte, dass er magische Kräfte besaß. Dieses Wissen verstärkte sein ohnehin schon großes Ego ziemlich doll. Als er 1975 die Tore von Hogwarts durchschritt, war er ziemlich enttäuscht, als er feststellen musste, dass er in der magischen Welt nur ein weiterer Zauberer war. In der Muggelwelt war Gilderoy etwas Besonderes, aber hier ging er unter. Und das war alles, wonach er sich je gesehnt hatte, etwas Besonderes zu sein. Es hieß, dass er zwar überdurchschnittliche Fähigkeiten besaß, aber nichts wirklich Heraustragenes und sein Mangel an Aufmerksamkeit befeuerte seinen Drang nach Erfolg. Lockhart wurde schließlich dem Hause Ravenclaw zugeteilt, was meiner Meinung nach nicht ganz zu ihm passte und er entging nur knapp der Einteilung nach Slytherin. Schon in seiner Schulzeit liebte es Lockhart, sich selbst zu loben und sein Ego aufzublähen. Er ging sogar so weit zu lügen, wenn es dazu beitrug, dass andere ihn bewunderten. Diese Tendenz begleitete ihn seit seiner Kindheit. Er wollte berühmt sein. Er wollte der Mann sein, über den in Legenden gesprochen wird. 1982 machte Lockhart seinen Abschluss in Hogwarts und begann sofort, um die Welt zu reisen. Kurz nach seinem Abschluss begann er, sich als Autor zu profilieren. Er erzählte Geschichten von seinen Heldentaten und seinen außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten. Er besiegte dunkle Zauberer, war ein Drachenbindiger, ein Trollbezwinger. Wenn es gefährliche Wesen gab, hatte Lockhart sie alle besiegt. Der Haken daran? Er war der Einzige, der das erlebt hatte. Nach jeder Reise kehrte Lockhart mit einem neuen Buch voller Selbstbeweihräucherung, Heldentum und Glanz zurück. Und das Beeindruckende war, dass die magische Gemeinschaft glaubte. Er begann, echte Anerkennung für seine Arbeit zu erhalten und wurde mit dem Merlin-Orden dritter Klasse ausgezeichnet. Eine höchst prestigeträchtige Auszeichnung. Er wurde sogar eingeladen, der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Künste des Zaubereiministeriums beizutreten. Lockharts ehemalige Professoren in Hogwarts begannen zu zweifeln, ob sie den seltsamen Jungen, der einst die Schule besucht hatte, falsch eingeschätzt hatten. Er hielt überall in der magischen Welt Lesungen ab von seinen Büchern und die Menschen liebten es, in seiner Nähe zu sein. All das hatte er sich immer erträumt. Jedoch hatte Lockhart auch eine ziemlich düstere Seite an sich, die meiner Meinung nach in den Büchern und den Filmen nicht ausreichend thematisiert wurde. Tatsächlich war Lockhart ein Meister des Gedächtniszaubers. Das war eigentlich das Einzige, was er wirklich konnte. Und das ermöglichte es ihm, seine, nun ja, seine komplette Existenz zu fälschen. In Wirklichkeit war Lockhart kein Träubitzwinger oder Drachenbändiger. Er war ein Schwindler, der die Leistungen von anderen Zauberern anstahl. Er gelöschte einfach die Erinnerungen von den anderen Zauberern an ihre Leistungen und hörte sich die Erinnerungen natürlich vorher von ihnen an und gab dann ihre Erfolge als seine Erfolge aus. Und schrieb dann natürlich auch noch Bücher darüber, sodass die Leute alle glaubten, was er sagte. Obwohl Lockhart schließlich entlarvt und seiner Titel beraubt wurde, glaube ich nicht, dass die Ernsthaftigkeit der ungenehmigten Gedächtnislöschung angemessen behandelt wurde. So, jetzt kommen wir mal dazu, warum Gilderall Lockhart die Stelle überhaupt als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts erhalten hat. Und zwar ging es auch darum, dass diese Position verflucht war. Die Rolle war äußerst instabil und niemand schien in der Lage zu sein, sie länger als ein Jahr zu halten. Damodo erklärte dies so. Sehen Sie, wir haben seit über einem Jahr keinen Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste mehr halten können, seit ich Lord Voldemort diese Stelle verweigert habe. Voldemort war verwittert darüber, dass ihm die Position mehrfach verweigert worden war. Als der junge Tom Riddle seinen Schulabschluss machte, bat er den damaligen Schulleiter darum, dass er ihn einstellte, als Verteidigung gegen die dunklen Künste Professor. Da Riddle aber zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt war, lehnte der Schulleiter Dippet ab, ermutigte ihn aber, sich in ein paar Jahren erneut zu bewerben. Einige Zeit später bewarb sich Riddle erneut an der Schule und zu diesem Zeitpunkt war Dumbledore der Schulleiter. Dumbledore kannte jedoch Riddles dunkle Seite und war der Meinung, dass seine Einstellung nicht von Vorteil wäre. Aus diesem Grund wurde Riddles Antrag erneut abgelehnt. Verbittert darüber, dass ihm zweimal die Stelle verweigert worden war, verfluchte Riddle diese Position. Und seit diesem Tag scheint kein Professor mehr in der Lage gewesen zu sein, sie länger als ein Jahr zu halten. Als Harry in Hogwarts ankam, war Quirrell der amtierende Professor. Doch wie wir wissen, hielt er die Position nicht lange. Im zweiten Schuljahr traf Harry auf keinen geringeren als Gilderoy Lockhart. Nach Lockharts Einstellung in Hogwarts waren viele Mitarbeiter in Hogwarts verwirrt über Dumbledores Entscheidung. Und das ist auch irgendwie berechtigt, muss ich sagen. Viele von ihnen lernten Lockhart aus erster Hand kennen und waren von seiner selbstgefälligen Art und den unglaubwürdigen Heldengeschichten, die er veröffentlicht hatte, unbeeindruckt. Später wurde jedoch klar, dass Dumbledore Lockhart aus mehreren Gründen eingestellt hatte. Wie es hieß, kannte Dumbledore persönlich zwei der Zauberer, deren Verdienste Lockhart für sich beansprucht hatte und wusste um Lockharts wahre Absichten. Das heißt, er hatte wirklich von zwei Freunden von Dumbledore die Gedächtnisse gelöscht und Dumbledore wusste das. Dumbledore hatte einen tiefgreifenden Plan hinter der ganzen Geschichte. Er war sich der Tatsache bewusst, dass Lockhart ein Hochstapler war oder zumindest vermutete er es. Der folgende Auszug aus Portamore stützte diese Annahme. Albus Dumbledores Plänen reichten jedoch tiefer. Er kannte zufällig zwei der Zauberer, deren Lebenswerk Gilderoy Lockhart für sich beansprucht hatte. Und er war einer der einzigen Menschen auf der Welt, die glaubten zu wissen, was Lockhart vorhatte. Dumbledore wollte Lockhart für seine Taten entlarven, aber er wollte, dass es auf eine natürliche Weise geschieht. Er brachte Lockhart nach Hogwarts, um ihn für eine verwundbare Position nach Hogwarts vorzubereiten, in der er sich selbst entlarven würde und wo er es nicht für ihn machen musste. Obwohl Lockhart ein begabter Zauberer war, hatte er so viel Zeit damit verbracht, Gedächtniszauber zu perfektionieren, dass seine Fähigkeiten in anderen Bereichen der Magie eher bescheiden waren. Dumbledore war überzeugt, dass Lockhart nur zurück in eine normale Schulumgebung gebracht werden musste, um als Scharlatan und Betrüger entlarvt zu werden. Professor McGonagall, die Lockhart nie mochte, fragte Dumbledore, was die Schüler von einem solch eitlen, ruhmsüchtigen Mann lernen könnten. Dumbledore antwortete, dass man auch von einem schlechten Lehrer was lernen kann, und zwar was man nicht tun sollte und wie man nicht sein sollte. Dumbledore hatte also mehrere Gründe, warum Lockhart eingestellt wurde. Er wollte ihn nicht vom Hype um seinen Namen oder seine Werke beeindrucken lassen. Er wusste die ganze Zeit, wer Lockhart wirklich war, und brachte ihn nach Hogwarts, um eine Lehrstunde für die Schüler zu sein. Und das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wie fandest du diese Theorie? Lass es mich gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder anderen Harry Potter Themen hast, schreib sie gerne auch in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.